einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei walking dead gerade aus dem menschlichen aus dem human slaughterhouse ich denke ich werde schmerz sein Larry ist tot, Kenny hat ihn in den Kopf eingeschlagen Gott, was ist mit diesen Leuten? Gott, was ist mit dem guten Mark die Beine abgehackt? Woran wartet er denn da? Dad, what are you doing outside the barn? Oh shit, just guarding the place like he said. Well, keep sitting out in the rain like the damn gear. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. We can pick one to keep and kill the rest. And I pick which one to keep on. Not the kid who doesn't need on the train. Oh, I know, Mabel. This is my favorite part too. When I let one think they can just walk right out and never even look down. Hey, tell me something. I'll keep an eye on him. Be ready to that when I say. See what he's doing now. Hello! I'll keep an eye on him. I'll keep an eye on him. I'll keep an eye on him. Stop! I'll keep an eye on him. I'll keep an eye on him. No! So ein Spinner. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. This is not how the world works now. You won't make me kill you. Just stay here and keep Clementine safe. I'll be right back. Kitty! Carly! Carly is ja auch noch dabei. Ow! Shh! Is everyone okay? You guys have been gone way too long. We need your help. Yeah, when you guys didn't come back, I thought there was something up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Shit! Is everyone else okay? They still got Duck and Katja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. Alright. We're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Let's stay close. And Lee, be careful. No, no, please shut up. No, no, no! Just shut up. You'll be fine. You'll be fine. You'll be fine. You'll be fine. No, please don't take my boys. Let's go, woman. Better bound. I don't wanna hurt y'all. Andy? Danny, is that you? What's going on out there? I left Danny the bar. He got what he deserved. Oh, God. Come in. Let me go! Leave it back! Don't come into your kitchen! Hands and nose! Stop it around, this guy! Go, Brenda! Don't you take another step! Grin, come on now. You know you don't wanna do this! Just go away and leave us there! Stop right there! I mean it! Naja, I'm standing. I'm standing. I'm standing. Everything is good. Think about what you're doing. Es muss nicht so sein. Ich werde sie töten. Ich werde sie weg. Bleib zurück! Keine Ahnung. Lass sie weg, Britta. Bitte, hör auf ihn. Ich werde das... Bitte. Ich will dich nicht töten, Lass. Bitte, nicht die Stadt verletzt. Hör auf! Komm, Marc, pack zu. Gleich hast du sie. Jawohl. Hör auf! 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 Nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Das ist ja klappt. Ja, das ist gut. Ist das all you got, Lee? You ain't shit. It's over! Fuck you! As soon as Dad and Mama get out here. You're all fucked. They're not coming. What do you mean? Lee? What the fuck do you mean? Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Get back here and fight me like a man, Lee! 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 They're getting in! Lee! 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 Let's go! Lee! 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 He! Lee! Lee! Gwenda kommt da auch schon angewatschelt. Hey, Lee, ich würde sagen, dass ich das Motel nicht verabschiede, aber, du weißt. Ich bin froh, dass du da bist, wenn du da bist. Wenn du nicht diesen Schuss auf Andi hast, könnten wir nicht rauskommen. Waren sie wirklich... killingen Menschen? Für Essen? Ja, sie waren. Das ist krank. Gott, einfach... Oh, Clementine, sie weiß nicht, oder? Sie ist nicht dumm, Carly. Katja hat das geschafft, während sie in der Haus war. Sie sagte, dass es mit deinem Kuchen war. Ja, ich habe es gefunden, während ich mich für die Leute, die Mark shotte. Willst du es? Warum nicht du es? Manchmal hilft, es hilft, etwas zu haben, dass du deine Gedanken zu dokumentieren. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich werde gut. Ich werde nicht so jung, wie ich war. Sieh, gehen Sie und ich und Lee einen Sekunden. Es wird ein Fall-Out. Für zu töten Lillie? Ja. Ich denke so. Ich denke so. Was denkst du? Du bist kein hero. Du hast zwei Leben in diesem Kuchen verletzt. Kenny, du bist nicht ein schlechtes Mann, aber... Was werden wir jetzt machen? Ich denke so. Komm schon, Clementine. Blei. Blei. Sie sind die schlechte Menschen, Dad? Ja. Ja, Walkers haben sie wahrscheinlich bekommen. Sie waren sehr schlechte Menschen. Und sie wurden dafür verletzt. Okay. Hey, Dad. Was ist das Geräusch? Was ist denn für ein Neues? Sieht wie ein Auto. Ach, da. Da haben wir noch Menschen. Hallo? Hallo? Sieht wie ein Auto. Sieht wie ein Auto. Oh, Ciel. Baby, du musst das sehen. Es gibt ein viel Fleisch und Geräusch hier. Das ist das Essen. Das Essen könnte uns nicht alle. Nicht alle. von uns. Schau, wir wissen nicht, ob diese Leute sind tot. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir einfach monstern, die aus den Wald und verletzten ihre Leben. Diese Sachen nicht unsere. Dad, whose car ist es? Nicht so, Duck. Es ist unsere jetzt. Es ist abandone, Duckie. Nicht so. Was, wenn es nicht? Was, wenn es nicht abandone? Was, wenn es jemanden ist? Du bist richtig. Wir müssen das nicht nehmen. Was? Du hast ein Essen da, was die resten von uns verletzten? Wir müssen das alles nehmen. Du bist heute auf eine reale Teile, oder? Was bedeutet das? Komm schon, Kenny. Between das und der Meadlocker, du weißt, was es bedeutet. Okay, was haben wir in hier? Look, es gibt mehr Essen in dieser Box. Sie haben Antibiotik. Was haben sie noch? Mal sehen, ob es gibt noch Wasser. Hier. Got it? Ja, ich habe es. Lee, da ist ein Hoodie in hier. Können Sie wahrscheinlich fit Clementine. Sie ist gut. Danke. Whatever, Mann. Es wird kalt, dann. Hey, da waren ein Batterien in einer dieser Box. Ich dachte, sie funktionieren in deinem Camkorder. Hier. Hier, du kannst auch ein paar. Für deine Walkie-Tacke. Batterien, hm? Denkst du siehst? Du kannst mich nicht überlegen, was du? Odle. Oh, Gott. Lee, du kannst das sehen. Oh, shit. Jake, Bart, Linda, and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking right there, what? Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let that bandit's kitchen. What are we doing, Clementine? Okay. What is your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. So then you've got your freedom. I used to call them friends. People. You too. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is going. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Ja, das war die zweite Episode der ersten Staffel von The Walking Dead. Und wir schauen uns natürlich nochmal die Entscheidungen an. Retter. David das Bein abgehackt. Du und 44% der Spieler haben sein Bein abgehackt. Befragung. Jolene erschossen. Du und 61% der Spieler haben Danny sie erschießen lassen. Pragmatismus. Geholfen Larry zu töten? Du und 51% der Spieler haben versucht, ihn zu retten. Rache. Haben beide... Beide St. John Brüder getötet? Du und 61% der Spieler haben nicht beide Brüder getötet. Wir haben ja gar keinen getötet. Also wir haben beide am Leben gelassen. Und quasi den Walkern verlassen. Und überleben. Essen aus dem Auto geklaut? Du und 49% der Spieler haben nicht gestohlen. Walking Dead. Hunger und Hilfe. Ja und da ist dann auch schon die zweite Episode rum. Drei kommen noch in der ersten Staffel. Und ja, die Lage wird langsam immer kritischer. Und ja, mit Kenny sind wir auch nicht mehr so gut gestellt jetzt. Aber... Naja... Was willst du da machen, ne? Also... Kenny labert halt auch viel Scheiße. Muss man leider so sagen. Und... Ja, da... Also ich könnte natürlich versuchen, ihm dann irgendwie zu gefallen und, äh... Ja, irgendwie mit ihm auf einer Wellenlänge zu sein. Aber... Ähm... Will ich nicht, also... Ich treffe da die Entscheidungen, die, äh... Die ich für richtig halte und... Das geht leider meistens, ähm... Ja, ist leider meistens nicht... Äh... Mit Kennys Meinung kompatibel. Aber das ist der Nights-Runde. Ich spiele das Spiel ja nicht, um, äh... Um Kenny zu gefallen oder so. Ja, wir müssen schon die richtigen Entscheidungen für... Für Lee und für Clementine treffen. So sehe ich das zumindest. So, ich lasse mal noch die Credits durchlaufen. Dürfte gleich zu Ende sein. So, und dann würde ich sagen, äh... Sehen wir uns in der nächsten Folge und in der nächsten Episode wieder. Bei The Walking Dead in der Definitive Edition. Schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Es wird... Es wird spannend. So viel kann ich sagen. Also, bis dann. Mein Name... Bis dann, ja. Mein Name ist Tom. Ciao. Ciao. Ciao.